Es gibt verschiedene Schienen, wie du Dauern machst. Es gibt eine Schiene zum Beispiel, dass man ermahnende Wörter sagt, herzergreifendes. Oder man redet so über schöne Themen, Paradies, Paradies und Brüderlichkeit, Liebe und solche Sachen. Und es gibt Leute, die eher unterrichten. Das wird eher etwas beibringen. Und ich bin diese Schiene. Beibringen, lehren, dass die Leute etwas verstehen. Und deshalb braucht man manchmal mehr zu erklären, als eine Mu'idah oder als herzergreifendes. Und ich sage, Barakallahu fikum, ich bin diese Sache und sage euch etwas. Lernt eure Religion richtig mit Beweisen, mit Belegen. Da werdet ihr eure Augen besser sehen und ihr werdet auch mit Herzen besser verstehen. Aber nur etwas, was uns motiviert und unsere Herzen weich macht. Und dann schlafen wir und morgen früh sind wir nochmal, als ob wir nicht gehört haben. Bringt uns nicht. Und dann schlafen wir uns. Und dann schlafen wir uns.